So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir wollen euch heute einen Trick zeigen, wie ihr das Maximum aus eurem Glücksei rausholen könnt, unabhängig vom Community Day, wo die meisten immer das Community Egg machen. Das kommt aber nicht von mir, das hat der Stefan Landei immer so gemacht, als er seinen No-Gym-Account hatte und wollte den effektiv leveln. Da der nur begrenzte Anzahl von Glückseiern hatte, musste er die am effektivsten einsetzen. Ganz wichtig ist, dass ihr 40 Geschenke aufmacht, das könnt ihr bei Hyperfreunden, das könnt ihr bei Superfreunden. Wir machen das jetzt hier bei Superfreunden, es ist jetzt genau 23.45 Uhr und die Zeit ist wichtig. Ihr geht nämlich hier rein, zündet jetzt ein Glücksei und jeder der schlau ist, weiß, dass ihr am Tag 20 Geschenke öffnen könnt, mehr geht nicht. Und wenn ihr 40 öffnen wollt, müsst ihr den Rest vom ersten Tag mitnehmen und den Anfang vom zweiten Tag. Wir gehen jetzt also hier rein, öffnen mal den, ähm, ich muss mir die Namen kurz angucken hier, MC Holiday 089, MC Holiday, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann geht es weiter mit irgendeiner komischen Zahl aus Bielefeld. Bielefeld, also ich weiß nicht, wie manche Leute auf ihren Namen kommen, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ihr seht, auch aufgestiegen zur zweiten Stufe, das dauert nicht so lang, das sind ja glaube ich immer nur 5 oder 6 Tage, die ihr da braucht. Hier der Frank aus Kölle da, Grüße gehen raus, die möchte ich auch alle zeigen, die da mitgemacht haben, auch Stufe 2. Wir werden jetzt also 20 Stück öffnen, 100 Finisher 100, auch dabei, aus Hofsheim am Taunus. Wir gehen hier mal zurück, da überspringen wir das, beziehungsweise vielleicht sollten wir es nicht überspringen. Vielleicht ist das der Grund, wieso das immer nicht mit angezeigt wird. Einfach 100 Power Raider nehmen wir auch mit rein. Wenn wir zurückgehen, da ist das zwar gezählt, aber es hat diesen Move nicht gemacht, dass ihr das seht, wie das aufgestiegen ist. Wir warten also immer, bis das aufgestiegen ist da. 1 Death Monkey 0, auch aufgestiegen, Lauterbach, wieder mit durchdrücken. Damit wir hier den Aufstieg sehen, 20 Stück öffnen, dann könnt ihr bis 0 Uhr was anderes machen. Aufgaben abholen, entwickeln, irgendwas, was ihr gerne so macht. Ähm, der 3, 4 Razor, wie nennt man das? 3 Razor, 3 Razor, Race 4, 7H irgendwas, also diese Kombinationen immer. Die machen ein Fix und fertig. 20 aufmachen, dann entwickeln bis 0 Uhr. Ab 0 Uhr switcht das ja um. Agent Foe called. Ab 0 Uhr switcht das um, dann könnt ihr wieder 20 aufmachen. So habt ihr 40 Geschenke geöffnet mit einem Glücksei. Das müssten umgerechnet dann 800.000 Erfahrungspunkte sein. Also 10.000 normal für den Aufstieg, 20.000 wegen dem Glücksei und das mal 40.000, müssten 800.000 ergeben. Wir waren jetzt bei Level 31, kurz vor Ende. Ich hoffe, dass wir vielleicht auf Level 33 kommen mit der Aktion. Ich weiß nicht, wie viele man braucht von 32 auf 33. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut. Die Entwicklungen zählen ja auch noch rein. Hier an 3K haben wir noch mitgenommen. Alles, was du willst, haben wir mitgenommen. Anime Fan 1982 nehmen wir auch noch mit. Aus Kaltenkirchen. Das kommt mir schon vor wie am Sea Day, wenn man unterwegs ist und diese Levelaufstiege macht. Nur, dass man eben sich nicht mit anderen abspricht und das einfach so aufmacht. Attic aus Weisweil. Viele, die machen Superfreunde ja einfach so. Das habe ich bei meinem großen Account auch immer gemacht. Ich habe da nie gewartet. Ich habe einfach immer aufgemacht und habe den anderen Geschenk geschickt, dass die einfach aufmachen. Bisa 1985. Ich habe da keine Superfreunde angesammelt und die mit hochgezogen beim Sea Day. Ich habe das wirklich immer nur bei besten Freunden und bei Hyperfreunden gemacht. Wie man sieht, ist das trotzdem aber heftig. Hier kommt der Benni, der Gute. Wenn man wirklich mal 40 sammelt und das schon 800.000 sind, das macht auch ordentlich was aus. Gerade hier bei so einem kleinen Account ist das eine richtig fette Sache. Genauso wie das Dragoran vom BisaFanTV. Was wir jetzt hier haben, den drücken wir auch durch. Und so habt ihr eine halbe Stunde Zeit, ganz gemütlich zu Hause. Könnt ihr das sammeln, bis ihr 40 Leute habt, die aufsteigen. Bispingen 89, auch dabei. Können die in Ruhe öffnen, können dazwischen entwickeln. Ja, sag es doch noch fünfmal. Ja, mache ich gerne. Black Scarwolf auch dabei. Grüße gehen raus an den Thomas. Aus Schleusingen. Ich weiß nicht, die Entwicklungen werde ich dann ein bisschen zusammenschneiden oder überspringen. Damit wir nachher sehen, wenn die restlichen noch aufgehen. Bond Girl 007 ist auch dabei. Manche, da ist ein blauer Kreis dran. Die haben heute geöffnet und sind jetzt bei einem Tag. Die könnte ich theoretisch nach 0 Uhr aufmachen. Dann ist der blaue Kreis ja verschwunden. Und die zählen auch mit rein. Also nicht, dass ihr euch wundert. Brownie BA 46. Auch super, Freunde. Wunderbar. Und ich habe jetzt auch die Liste der Freunde so durch, dass ich keine offenen Anfragen mehr habe. Dadurch mussten leider auch ein paar weichen. Tageslimit erreicht. Wir gehen mal zurück. 31. Jetzt müsste es zunehmen. Och, jetzt kommen die alle nochmal so rein. MC Holiday. Äh, 0x5 2. Der Frank. Ihr seht das. Der Levelaufstieg ist schon da. Auf Level 32. Ich hoffe, das klappt alles. 100 Finisher. Hat so auch dazu gezählt. 100 Power Raider. Death Monkey. Razer 4. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wieso ich da so spreche. 7 Hero 64. Steht zwar was komplett anderes da. Agent V-Kalt. Kault. Alles, was du willst. Auch 20.000. Andreika 20.000. Ihr seht, der Balken füllt sich. Anime Fan 82. Attic 77. Beezer. Nicht Brezzer. Beezer. Benny. Beezer Fan TV. Bispingen. Ihr könnt ja mitzählen. Black Scar Wolf. Ob das wirklich 20 sind. Bond Girl. Brownie BA. Lassen wir mal schnell weg. Damit das hier weiterzählen kann. Nein. Bruder, wo ist der Rest? Jetzt hat die Anzeige alles kaputt gemacht, oder was? Willst du mich verarschen? Nur weil oben die blöde Meldung reinkam. Dann gehe ich mal kurz hier drehen, solange das nichts mehr macht. Hier kann ich nämlich noch eine Belohnung abholen. Und 3.000 sind dann also nochmal 6.000 dazu. Und hier haben wir... Wo haben wir noch was? War da nicht noch was? Nö. Keine Ahnung. War nicht mehr da. Wo ist der Rest denn jetzt aber hin? Nur weil die eine Meldung reinkam, hat das jetzt die Kette unterbrochen. Und jetzt wird es wieder nicht angezeigt, der Rest, oder was? Und dann zählt es wieder nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall im neuen Level schon bei 353.000. Sprich, nochmal 400.000 dazu. Sind 750.000. Das müsste reichen für den Level ab. Ich gehe aber jetzt mal kurz rein. Gehe auf Entwickeln. Entwickeln noch ein bisschen, bis es um 12 ist. Und dann machen wir die nächsten 20 Geschenke auf. Und lassen das durchlaufen, in der Hoffnung, dass es da keine Unterbrechung gibt. Ich bin aber gerade verunsichert, ob das jetzt alle angezeigt hat. Oder im Hintergrund einfach nur dazugezählt. Weil normal macht das das doch auch immer in der Reihenfolge, wie man das aufmacht. Visa Fan TV war doch nicht einer der letzten mit. Egal. Wir entwickeln jetzt ein bisschen hier. Da holen wir auch noch ein paar neue Pokédex-Einträge dabei. Und um 12 schneide ich den Rest rein. Was passiert ist, wenn die anderen alle aufsteigen. Und dann haben wir auch noch Level 33 erreicht. Mit einem Glücksei von 31 auf 33. Ich glaube, ich kann das die Tage sogar nochmal machen. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch nochmal abfilme. Damit die Leute, die mitgeholfen haben, eben zu ihrem Ruhm kommen. Das ist ja alles der Community-Account. Das ist also nur wegen euch entstanden. Und dann finde ich es eigentlich auch cool, wenn das angezeigt wird, wer da mitgeholfen hat. Wer da wirklich mitgewirkt hat. Dass das eben so passieren kann. Am Ende wird er dann auch verlost an euch. Deswegen finde ich das gut, dass wir da gerade noch ein bisschen was hochziehen können. Ich entwickle jetzt noch ein bisschen, wie gesagt. Wir melden uns gleich zurück, wenn wir die nächsten 20 Geschenke aufmachen und nochmal 400.000 Erfahrungspunkte mitnehmen. So, dann haben wir gerade noch einen Mautzy entwickelt zu Snowbilly Cut. Ist auch nochmal ein neuer Pokédex-Eintrag. Da gibt es nochmal mehr. Jetzt ist es 23.59 Uhr. 17.000 Erfahrungspunkte. Die kommen einfach mittendrin da reingeschossen. Wir warten mal, bis draußen die Glocke bimmelt. Die Marktglocke, dann ist es nämlich genau 0 Uhr. Beziehungsweise wir können auch eine Minute überziehen. Wir haben nach dem Öffnen sicherlich eh noch ein paar Minuten Zeit, um weiterzuentwickeln. Um das Glücksei voll auszunutzen. Und damit das auch wirklich umschaltet, da können wir mal gucken. Ich bin immer noch bei der ersten. Ich habe das unterschätzt, dass das alles so lange dauert. Ich hätte so viel noch zu entwickeln auf der Hand. Das Ei ist aber trotzdem dann gleich um. Nur noch 15 Minuten und ich muss die anderen noch öffnen. Ich glaube, da kann ich noch eine Entwicklungsstation machen. Noch eine, noch eine. Aber muss ich mir wieder alles aufsparen. Muss ich wieder abwarten, bis irgendwas passiert. Hier nehmen wir auch nochmal ein schönes Kokowai mit. Können da jetzt auch wieder die alten Attacken beibringen. Also Konfusion oder so, glaube ich. Ist ein Legacy-Move. Kann mittlerweile ja auch wieder erlernt werden, dass das eben ein richtig gutes Psycho-Pokémon ist. Also ein Pflanzen-Psycho-Angreifer mit Psycho-Attacken. Jetzt ist es 0 Uhr. Jetzt bimmelt es draußen. Hier haben wir noch einen neuen Pokédex-Eintrag. Das SEPA. Beim Rihorn finde ich es eigentlich sogar zu schade, wenn man die ganzen Bonbons rausballert für Entwicklungssessions. Das kostet zwar nur 25, aber ich glaube, da wäre es sinnvoller, Rihorn-Bonbons zu sammeln. Um dann wirklich mal ein gutes Rihorn zu pushen, hochzuziehen. Was nützt mir denn der ganze Sternstaub und alles, wenn ich Level 1000 bin und keine Pokémon habe. Da können wir mal ein hohes Eboli entwickeln. Vielleicht kriege ich dann noch ein höheres Flammara, ein höheres Blitzer, ein höheres Aquana, je nachdem. Wir machen mal, bis wir von jedem noch eins haben, einen Blitzer. Haben wir schon mal. Wunderbar. Das war Zufall. Wir entwickeln so lange noch Eboli, bis wir noch einen Aquana und noch einen Flammara bekommen haben. Und dann mache ich die Geschenke weiter auf. Ich gucke mal, wie viel Glück wir haben, ob wir jetzt 10 Millionen Blitzer bekommen oder auch nicht. Letztens im Streamer-Mondag war es ja so lustig, irgendjemand hat einfach ein Moos-Modul angemacht. Und ich saß ja hier gerade an dem Modul, habe die ganze Zeit hier entwickelt und plötzlich konnte ich Fully-Purba entwickeln. Habe mir gedacht, hä, was ist da denn los? Habe dann nachher erst gesehen, dass da plötzlich ein Moos-Modul an ist. Jetzt haben wir das leider nicht. Oder was heißt leider? Eigentlich wollte ich noch ein fettes, hohes Flammara haben. Jetzt habe ich zweimal Blitzer, okay. Okay, dreimal Blitzer. Blitzer auf jeden Fall meiner Meinung nach auch sinnvoller als Flammara. Ich glaube, mit Blitzer habe ich schon öfter gekämpft als mit Flammara. Mit Flammara habe ich eigentlich noch nie was gemacht. Das ist ja immer die ewige Diskussion mit dem Benni. Ich will trotzdem jetzt einen Flammara und einen Aquana haben. So, da ist er. Das nutzlose Flammara ist da. Wir brauchen noch einen Aquana. Dann können wir die Geschenke weiter öffnen. Ich hoffe mal, dass das jetzt eins ist. 859. Level 33 ist auch sicher. Ich glaube, ich kann in zwei Tagen nochmal 40 aufmachen. nochmal 800.000 mitnehmen. Vielleicht haben wir dann sogar schon Level 35 erreicht. Das wäre auf jeden Fall krass. Wir haben aber immer noch kein Aquana bekommen. Ich glaube, gleich gehen wir auch die Bonbons aus. Beziehungsweise die Evolis, die ich entwickle. Wenn ich keine Evolis habe, dann machen wir auch weiter mit den Geschenken. Oder wenn wir jetzt einen Aquana bekommen. Ne, wir kriegen wieder einen Blitzer. Da könnt ihr eine sehr gute Statistik mal aufstellen. Bei 33,3% periodisch. Wie oft man eben Blitzer bekommt. Wie oft man Aquana bekommt. Und Flammara ist alles eine Glückssache. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich Flammara bekommen habe. Weil ich das eben am coolsten fand. Und wieder Blitzer. Was machen die denn? Eine Blitzer Armee am Start. Zwei Stück haben wir theoretisch noch. Also das würde ich jetzt noch entwickeln, weil das ein hohes ist. Die anderen lohnt sich eigentlich gar nicht. Wenn ihr da so einen 1000 WP Flammara dann rausbekommt. Das ist ja noch schlimmer. Wieder Flammara. Kein Aquana beigehabt. Was machen wir jetzt? Wir haben noch 59. Wir können noch zwei entwickeln. Komm, wir kriegen eh immer zu Evo die Bonbons. Wir entwickeln die zwei Luschen auch einfach noch. Und gucken, ob vielleicht doch noch ein Aquana dabei ist. Zwar ein kleines, aber trotzdem. Das entwickeln wir noch. Und das allerkleinste vielleicht ist noch Aquana. Da ist es doch. Es ist wenigstens nicht das allerschlechteste. Mit 1.038. Gut. Das nehmen wir noch mit. Gehen mal zurück. Da kommen noch mal 1.000 hinzu. Wir sind jetzt bei 386.000 von 750.000. Wir gehen wieder rein. Ihr seht, die blauen Kreise sind weg. Wir können hier jetzt gucken, wo noch keine zwei Herzen voll sind. Können da noch mal annehmen. Und wir zählen dann auch mal mit, ob da jetzt wirklich 20 reinkommen. Hier brauchen wir eigentlich nicht zählen. Wir können es trotzdem. Nein, jetzt sind meine Items auch noch voll. Wir schmeißen mal hier die Superbälle weg. Wir schmeißen mal die Hyperbälle weg. Die Bären kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Was ich meistens aufhebe, sind eigentlich nur die Pogebälle zum Klickern. Die Goldenen hebe ich auch mal auf. Das wird auch wieder nichts, glaube ich, oder? Komm, die Toppeleber können wir auch wegschmeißen. Es lebt eh alles. Sobald ich einen Kampf mache, ist alles tot und kriege so viele Items, dass ich dann die zwei, drei Viecher auch wieder beleben kann. Das haben wir auch noch weg. Das macht zwar nicht viel Platz, aber trotzdem. Zur Not muss ich noch ein paar Pogebälle wegschmeißen. Wir haben hier also einmal die Granate. Wir machen es jetzt mal mit zurückgehen. Den Bodenfliezer, um Zeit zu sparen. Den BXB-DHD. Den BYY-Ky-Ky-Ky-Ky. Captain No-Face nehmen wir auch dabei. Mit dem Hulk. Shiny Hulk, wunderbar. C. Schafk 2025 B. Aus Hongkong. Chaos Knubbel. Mit Shiny Riolu. Sehr schön. Konstin, der will ja am Abra Community Day auch wieder nach Ibu kommen. Hat gesagt, immer wenn wir fünf Shinys haben, müssen wir ein 5-0er-Dosenbier trinken. Hier, Cooks nehmen wir auch noch mit. Das heißt nicht Cox, sondern Cooks. Captain Obstgarten nehmen wir noch mit natürlich. Kryptosaphir, der gute Gabriel. Open Sea Day 11 vor 5. Ich glaube, der ist mir nicht sauer, wenn ich die Superfreunde hier jetzt aufmache. Cumulus 1310. Jetzt hat es natürlich... Hä? Daniel, ich glaube, das hat wieder mal nicht angezeigt. Müsste aber, hier ist voll. Ja, Cumulus ist jetzt auch voll. Hat eben den Kreis nicht drum gemacht. Der, der da ist, nehmen wir auch noch mit. Auch wenn er gerade nicht da ist. Der, der da ist, 86. Alles klein, das andere alles groß. Auch noch zwei. Der Gönner 0. Also gönnt er jetzt oder gönnt er gar nicht? Der gönnt 0, könnte man denken, aber der gönnt richtig. Diskandalparer. Nehmen wir auch noch mit. Und Domi TTS. Packt der noch rein? Ja, der ist auch noch dabei. Dregodex. Beltrum. Ein Tunnel also als Buddy. Dragonite. STHB. Den hört ihr auch immer oft. In den Raid am Mittwoch-Sendungen und so weiter. Dreieck oder Dreck. Hat es leider nicht mehr reingeschafft. Wir gehen aber nochmal zurück. Gucken mal, ob das jetzt wirklich 20 sind, die hier reinfliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr seht auch unten immer schön, wie es zunimmt. 7, immer Stück für Stück, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, Level Up. 33. Und Dragonite. Dragonite ist schuld am Level Up. Das war der letzte. Jetzt dürfte keiner mehr kommen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich werde noch ein bisschen was entwickeln. Wir gucken, was wir jetzt hier noch haben. Mein Ammonitas. Da können wir uns noch ein dickes, fettes, großes Amoroso machen. Wie gesagt, wenn ihr einen neuen Account habt oder so und immer fragt, wie kann man denn gut leveln, wie kann man das gut machen, sucht euch viele Freunde, spart euch die Glückseier auf. Macht am besten, wenn ihr 20 neue Freunde habt, die euch ein Geschenk geschickt habt, macht die mit einem Glücksei auf. Da gibt es erstmal 6000 für jeden. Das ist eine gute Sache. Und wenn ihr dann 40 gesammelt habt, die auf Level 2 gehen, macht die auf im Zeitfenster über Nacht von einem Tag auf den nächsten. Nehmt da ordentlich was mit. Ihr müsst nicht auf den C-Day warten. Ich glaube, bei Stufe 1, Stufe 2 ist euch da keiner sauer. Wenn es natürlich jeder so macht, dann passiert auch nichts, weil alle nur noch alles zurückhalten, ohne dass irgendjemand was verschickt. Weil jeder behält sein Geschenk und wartet drauf, dass es der andere gibt zum Öffnen. So kann es natürlich auch sein. Auf jeden Fall über 800.000 Erfahrungspunkte jetzt gemacht, in einer halben Stunde mit dem Trick vom Stefan Landei. Muss BisaFanTV gleich wieder ein Video drüber machen. Ich glaube, das Video ist jetzt ein bisschen behindert. Ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ging darum, einfach das auch zu zeigen. Auch die Leute, die da mitgemacht haben, auch dem Stefan Landei dafür zu danken, dass er damals mich darauf hingewiesen hat, seine Taktik, wie er das immer macht. Und viele jetzt auch gesagt haben, boah Ramses, du bist schon Level 30. In der einen Woche, wie machst du das denn? Wie levelst du denn so gut? Ihr meint, ihr seht, ihr müsst das einfach nur richtig gut effektiv einsetzen. Ich habe den Vorteil, ich kann mich ja in Arenen setzen. Ich kriege also auch Coins aus den Arenen. Könnte zur Not immer mal wieder ein Glücksei nachkaufen. Er konnte das eben nicht, weil er ja kein Team hatte, weil er keine Arenen hatte, weil er kein gar nichts hatte. Er durfte nicht aufladen, nicht rein-cashen. Er hatte immer nur die Glückseier aus den Level-Ups. Ich könnte zur Not mir auch ein Glücksei noch kaufen aus dem Shop. So kann ich also beruhigt einfach mal 20 Geschenke öffnen für Level 1 und die restliche Zeit entwickeln. Ich muss nicht nur auf diese krassen Übergänge mit 40 Geschenken warten. Ich kann das auch so machen bei Level 1. Wie ihr das macht, levelt ihr auch manchmal so oder was sind eure Tipps zum Leveln? Wie levelt man am besten? Schreibt es mal in die Kommentare und vor allem, wie lange habt ihr gebraucht von Level 1 bis Level 30? Wie gesagt, bei mir waren es jetzt 7 Tage und dank der großartigen Community natürlich. Wir gucken mal, wie weit wir sind bis Montag, bis zum nächsten Livestream, wenn wir wieder in den Account reingucken. Jetzt schon Level 33, das wird auf jeden Fall interessant. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und danke an alle, die bei diesem Projekt mitmachen.